ARD Text im Auftrag von Funk Tschüss! Tschüss! Was ist passiert? Es gab eine Explosion, fahren Sie weiter! Ich muss wohl bei der Familie! Oh Gott! Luri! Musik War Ihr Mann religiös? Bitte? Möglicherweise sind Ihr Mann und Ihr Sohn Opfer eines Rache-Aktes. Von wem denn? Haben Sie gewusst, dass Ihr Sohn was gemacht hat? Hat Sie trotzdem zur Polizei gebracht? Ich wusste es. Die in der Mordsache gemachten neueren Ermittlungserkenntnisse erfordern eine Hausdurchsuchung. Was für Erkenntnisse? Mein Mann hat niemanden umgebracht. Er wurde umgebracht! Stell Dir mal vor, die hätten mich und Rocco erwischt. Und Nuri hätte überlebt. Der hätte das ganze Geplänke nicht mitgemacht. Die werden ihre Strafe kriegen, das schwöre ich Dir. Die haben Sie vor einem Jahr Drogen genommen. Nein! Die haben Sie am Tag der Tat Drogen genommen! Nein! Du hast sie gesehen. Die werden dir das glauben. Du hast sie gesehen. Die werden dir das glauben. Drogen genommen. Die hohen Drogen. Du hast sie gesehen. Und das ist nicht knowledge. Du hast sie gesehen. Vielen Dank.